Diese vier Umschrauber werden nach dem Start nach Süden abdrehen und wir werden sie in ca. 20 Minuten wiedersehen zur großen Übung Billfire der deutschen Bundeswehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Sie werden jetzt gleich ein Seil sehen, das von der Sea-Link heruntergelassen wird und daran wird sich das Team, das Boarding-Team abseilen, eine spezielle Einheit der deutschen Marine. Die Navy Seilinks kommen in den Hover und die Boarding-Party fast röping von der Helikopter nach dem Ground. Sie werden eine Sicherheitsformelle, um eine Perimeter zu formen, um die Landung-Agelegenheit. Und dieses Boarding-Team sichert jetzt eine Zone am Boden und bereitet damit die Anlandung von weiteren Bodentruppen vor. Jetzt kommt jetzt der Umschrauber zum CH-53 mit dem sogenannten FAC-Team, einem Vor- und Air-Controller, das heißt einem Team mit einem Flugzeugfahrzeugbau, das dazu angesetzt wird, um irgendwelche Ziele am Boden mit zu identifizieren, um diese den Tornado zuzuweisen. Also dieoffelung, die Doppeln-Air-Controller gehen, jetzt hier in der Einsatzzone anfahren, und sie Anifestellung. Sie brauchen einen kommodellen Verwachter an den Grund мои Fahrzeuge. Die Wolf-Trocknen, das VW-Air-Controller-Team jetzt hier in der Einsatzzone anfahren. Diese ganze Operation wird weiterhin natürlich geschützt aus der Luft, nicht nur von den T-Mail-Affekt-Schauern, sondern auch von den insgesamt vier Stenators, die weiterhin ihre Partyscheid in ihrem Einsatzgebiet fliegen. Die sogenannte Shore Force reicht normalerweise schon aus, möglichen Gegner davon abzuhalten, ihre Waffen zu nutzen, anzugreifen. Das heißt, oftmals ist der Einsatz von Waffen gar nicht möglich. Das heißt, Sie haben sich schon über die Waffen gar nicht möglich. Das sagt, das ist die Gerholtze. Die Gerholtze ist nach einer Art von bis zum Sitz! Das ist ein Rang im Grunde Roach! Die Gerholtze ist nun noch in der Schauspiel Nummer 4. Die Späne sind nur noch in einem kleinen Gerholtzer. So that is the summary of the approach. This is the other ticket, and they are completely taken out of the train station. Right now with the Trans-Alarm Road, it is a very large aircraft, of course, the whole operation is also very manageable. Right now it is very important that the robots are protected from the Tiger-Hubschrauber and from the Tornado-Camp-Flugzeuge. We have to cover as it comes to a halt, and the Wolf-Multipurpose-Vehicle runs up to load into the rear ramp. As you can see, the Grand-Party loading it all. We have to cover all the stations from the OT taking out defensive positions. While the vehicle is loaded, and they are moving rapidly to get up all of themselves. And the oil provider is given to the balance. The back-and-line is about to the right-hand side. It's about to the left-hand side. It's about to the left-hand side. A standing guard over the landing area, and the brown horse is made. The Tiger is on call to get very close air support, and the Tornadoes... The Tiger is on call to get very close air support, and the Tornadoes... ...pour the trip here. The Tornadoes... ...to get back. The Jansen, now on the right-hand side. The Jansen cars are going to take the Hubschrauber in the way. The Tornadoes... ...they are going to take the off-hand side. ...I'll go to the left-hand side. The Tornadoes... ...to get the left-hand side. The Tornadoes... ...to get back. Somit wird sich der Start einen Moment verzögern. Sie können sich fragen, warum der Tramzoll ist, weil es unter den Kompakt-Konditionen ist, die zweite Team zu erheben wird, dass sie ein Bewegung haben. Aber das ist ein Spielzeitraum, die Sicherheit ist paramount, so dass der Lodemaster an Bord der C-160 das Fahrzeug anbordet, bevor es abgibt. Und genau das hat er jetzt gemacht. Der Wolf ist verzurrt und im Start die C-160 Transall mit den beiden Kampfhubschrauber Tiger rechts und links als Begleitschutz. Bord der C-160 ist jetzt mit dem Fahrzeug anbordet, mit dem Fahrzeug anbordet, durch ein Paar von Tiger. BDS-Tornados, zu back them up. ...2014 der Deutschen Bundeswehr. Vielen Dank dafür. Sehr eindrucksvoll, wie ich finde, das sind unsere Vorder longer, unsere Bundeswehr, eine eindrucksvolle Fähigkeitsnachstellung. Vielen Dank dafür. Vielen Dank.